Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag. Das Wochenende steht vor der Tür. Heute ist der 9.06.2023. Es ist 8.10 Uhr. Ich bin seit zwei Stunden wach. Heute um vier musste ich mein Fenster zumachen, nachdem es die letzten beiden Nächte so gut geklappt hat. Weil irgendwie um vier Uhr morgens sich irgendwie Leute angefangen haben, lautstark zu unterhalten. Wo ich mir so dachte, oh, muss das jetzt sein? Und könnt ihr nicht einfach euer Brett zumachen oder in einen anderen Raum gehen, der nicht in den Hof plärrt? Naja, da war ich das erste Mal wach, war auch gleich nochmal auf dem Topf und habe mich wieder hingelegt. Und so gegen 6 Uhr brüllte es dann von der Straße vorne. Ich habe hier vorne auch die Balkontür auf der Mittnacht, so ein bisschen so ein Luftaustausch stattfindet. Und da ist jemand eingezogen auf der Straße unter einem Haus, hat er sich da so nach und nach eingerichtet und jetzt stehen da schon Sessel. Und der hat dann ein Zelt aufgeschlagen und lebt halt dort. Und manchmal teilt er sich halt mit. Tagsüber finde ich das gar nicht so schlimm, aber halt früh um sechs fing er dann an rumzurufen in einer Sprache, die mir nicht geläufig ist. Und dann dachte ich mir so, okay, ich stehe ja schon auf. Und halb sieben war ich dann im Bad. Ja, hinter mir seht ihr einen Kreis, der sich dreht und wo es bunt drin ist. Das symbolisiert eine Waschmaschine. Gestern kam ja meine neue Waschmaschine. Nachdem meine alte nach 13 Jahren so langsam die Hufe hochgerissen hat, habe ich jetzt eine neue bekommen. Ging gestern auch recht unkompliziert. 10.30 Uhr nach meinem Vorstellungsgespräch kam dann die Lieferung. Erst wurde die alte rausgeholt. Dann wurde die neue reingestellt und angeschlossen. Ich denke mal, hat alles so 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten gedauert. Und ja, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich jetzt... Oh, mein Arbeitsrechner bimmelt. Naja, ich bin jetzt sehr glücklich, dass ich wieder Wäsche waschen kann. Ich habe gestern auch schon zwei Maschinen gemacht. Eine Woche nicht zu waschen ist ungewöhnlich für mich. Und durch das warme Wetter ist die Wäsche auch super schnell und gut getrocknet. Jetzt bin ich wieder ein bisschen entspannter. Ja, die neue Maschine sieht ähnlich aus wie die alte. Es gibt andere Knöpfe. Sie ist im Energiesparmodus unterwegs. Keine Ahnung, Energieeffizienz A oder noch mehr. Plus, 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 plus. Ich muss mal in die Anleitung gucken. Sie fährt auf jeden Fall ruhiger. Ich weiß noch, die alte Waschmaschine, wenn die geschleudert hat, ist sie schon so ein bisschen gehüpft. Und die hat halt einen sehr festen, sicheren Stand und ist auch nicht so laut beim Schleudern. Also, ist nochmal was anderes irgendwie. Ja, bin ich sehr glücklich darüber. Und dann konnte ich gestern auch, nachdem ich dann um elf sozusagen die Waschmaschine dann fertig installiert hatte und der Testwaschgang ging, konnte ich dann auch Mittagspause machen. Bin dann so ins Büro rüber gelaufen, habe zusammen Mittagspause mit Kolleginnen gemacht und habe dann noch ein Meeting mitgemacht und bin dann wieder nach Hause gewatschelt, habe hier noch einen Termin wahrgenommen und irgendwann um 15.30 Uhr bin ich, glaube ich, 16 Uhr gestern in den Feierabend gegangen. Ja, gestreamt habe ich gestern mal wieder. Darkest Dungeon 2. Ich habe wieder eine Gruppe auflaufen lassen. Irgend so ein interdimensionales Wesen hat uns verkloppt. Was willst du machen? Im zweiten Anlauf haben wir es zumindest dann nochmal bis zu einem Gasthaus geschafft. Und da spielen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ja, und dann war es 20 Uhr. Habe ich noch zwei Folgen von dieser Gruselserie geguckt. Ah, und wie heißt sie denn nochmal, die Gruselserie? Ich habe es doch Leon gestern geschickt. Midnight Club. The Midnight Club habe ich gestern geguckt, zu Ende geguckt. Eine Staffel, mehr gibt es anscheinend auch nicht, ist danach abgesetzt worden. War okay. War qualitativ vom Bild her und so weiter. War es schon gut, aber hat zu viele Schock- und Gruselmomente für mich. Also diese ganzen Jumpscares waren mir eigentlich zu viel. Es hatte immer wieder so fantastische oder Science-Fiction-Geschichten, Gruselgeschichten. War ein interessanter Mix. Ich habe mich auf jeden Fall nicht gelangweilt, die Serie zu schauen. Ja, der Cliffhanger, der am Ende kommt, wird natürlich nun jetzt nie zu einer zweiten Staffel führen. Aber so ist das nun mal in der Serienlandschaft auf dieser Welt. Gut, dann werde ich jetzt gleich mal gucken, wer versucht hat, mich zu erreichen. Wer hat mir den ersten Kaffee hinterkippen. Und Termin Nummer 1 ist um 9, Termin Nummer 2 um 10, Termin Nummer 3 um halb 12, Termin Nummer 4 um 1. Und dann sollte eigentlich nichts mehr sein heute. Wir schauen mal. Wir kicken mal. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Kommt gut und bald ins Wochenende. Und wir hören uns in dieser Form morgen wieder, morgen Vormittag. Und wie gesagt, der nächste Stream ist aller Voraussicht nach am Samstag, 12 Uhr. Jedi Survivor. Bis dann. Tschüss. Tschüss.